Im neoliberalen Zeitalter ist alles verkürzt auf die aktuelle Erziehung einer höchstmöglichen Rendite, koste es, was es wolle. Wir arbeiten sehr ähnlich wie einige der Hitmen für die Mafia, weil wir die Regeln schreiben. Hier schreit auch keiner nach dem Staat. Hier ist schon Selbsthilfe angesagt. Ich bin Senator Telly Lassuer, der Deputy Chief Minister des Irlandes Jersey. Ein perfektes Platz für Menschen, die Geld holen wollen. Diese Straßenbahn gehört einem amerikanischen Investor. Privatisierung kommt von Privare und das heißt berauben. Es ist ziemlich möglich, dass dein Pension Fund investiert in einen unserer Funds. Spanien ist einer der Länder im Weltkrieg, wo die Immobilienbrüche hat einen intensiven Entwicklung. Eigentlich sind unsere Banken gar keine Banken mehr, sondern organisierte Spieler. Da gibt es ein bekanntes Wort, der beste Zeit zu kaufen ist, wenn es Blut auf die Straße gibt. Oh! Ich bin jetzt zu Hause. Das war's für heute.